Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, heute geht es bei mir nochmal um Fernsehen, wie wir auch schon an den Antennen sehen. Und zwar heute will ich mal zeigen, was bringt eigentlich so eine Aktivantenne für DVB-T2, ja, oder für DVB-T oder für analog, halt für irgendwelche terrestrischen Fernsehsignale. Ja, was hat das Ganze für Nutzen? Los geht's! Ja, häufig hört man dann doch, dass eine Aktivantenne nur eigentlich nur Sinn macht, und bei langen Kabelstrecken wegen den Leitungsverlusten und das Signal eigentlich nicht verbessert. Das stimmt auch, eigentlich wird nur die Signalstärke erhöht, die Qualität kann aber nicht verbessert werden, deutlich. Aber wenn der Receiver sehr unempfindlich ist, bringt das doch einiges. Und das möchte ich jetzt mal zeigen, vielleicht auch, falls ihr überlegt, ob ihr euch eine Aktivantenne kaufen sollt, weil ihr vielleicht mit einer passiven Antenne doch etwas schlechten Empfang habt, was ja doch so ist, wenn er nicht in Ballungszentren lebt. Und ja, dann haben wir hier einfach mal als Testaufbau einen Videorekorder, der hat einen analogen VHF-UHF-Ausgang und hier mit einer DVB-T2-Antenne, die verwende ich hier als Sendeantenne. Und ja, das hier sendet jetzt, hier habe ich im Prinzip einen analogen TV-Sender, der ein analoges TV-Signal aussendet. Ja, und hier habe ich eine Aktivantenne, die ich auch ausschalten kann, und die empfängt das ganze Signal hier über die kleine Luftstrecke hier. Das hier ist quasi die übertragene Strecke, wo ein analoges TV-Signal übertragen wird. An diese Antenne ist hier jetzt der Fernseher angeschlossen. Wenn wir da einfach mal hochgucken, sehen wir, es ist schrecklich verrauscht, Ton kommt nicht durch. Hier sehen wir ganz schwach die Schrift. Die Antenne ist jetzt auf Passiv geschaltet, das heißt, die Stromversorgung ist aus. Ja, und man sieht wirklich gar nichts. So, nun verändere ich hier dran gar nichts. Ich schalte einfach bloß mal hier die Antenne ein. So hier, dem Schalter, ist etwas selbst gebaut hier. Und nun gehen wir mal wieder hoch zum Fernseher und sehen, tatarata, ein super tolles Bild. Also es ist wirklich Wahnsinn, was das doch bringt, diese Aktivantenne. Hätte ich selber auch nicht so gedacht, dass das so viel raushaut. Auch wenn wir uns hier jetzt den Film von der Videokassette angucken, haben wir auch guten Ton. Ja, und wenn wir einfach jetzt mal wieder auf Passiv schalten, versuche das mal zu zeigen. So, es ist von einer Sekunde auf die andere. Es ist ganz schlecht. Ab und zu kommt verrauschter Ton durch. Hört man jetzt wahrscheinlich schlecht. Das Bild geht auch ab und zu weg. Und wenn wir auf Aktiv wieder gehen, haben wir hier wieder super Bild. Ja, und das analoge Signal verhält sich ja eigentlich so ähnlich wie das digitale DVB-T2-Signal. Ja, das wollte ich einfach mal zeigen. Eine Aktivantenne bringt doch sehr, sehr viel. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss! 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 Tschüss!